Hallo zusammen, wir sind in der Pfalz beim Weingut Thomas Hänsel, in dem Fall bei einem Grauburgunder, bei seinem besten Grauburgunder, Qualitätsstufe Höhenflug. Thomas Hänsel hat ja verschiedene Qualitätsstufen, Aufwind, Höhenflug, Icarus, in dem Fall, drüber gibt es nichts mehr. Sein Grauburgunder Höhenflug ist wirklich die absolute Spitze. Vollreifes, kerngesundes Lesegut, zum Teil im Barrikfass vergoren und ausgebaut, macht dieser Wein unglaublich viel Spaß durch seine Saftigkeit, durch seine Vollmundigkeit, durch seinen sehr ausladenden Körper, aber trotzdem auch verbunden mit einer sehr eleganten Säure, schöne Würznoten, viel Exotik, gelbe Früchte, ein toller Essensbegleiter zu kräftigeren Speisen, natürlich gebratener Fisch würde sich gut dazu eignen, aber auch kräftigeres Fleisch, selbst ein Steak könnte dazu passen, weil der Wein einfach einen sehr starken eigenen Charakter hat, viel Frucht in der Nase und auch am Gaumen, ganz toller Wein, bitte unbedingt probieren.